Das Schuljahr ist zu Ende. Wie war das E-Learning für dich? Am Anfang habe ich nicht geglaubt, dass sowas existiert. Aber man sieht schon, dass Dinge passieren, aber man erlebt es selber nicht. Also es war für mich schwierig. In zwei Wochen war es keine Motivation. Und ja, es war ziemlich schwierig für mich. Wie verlief das komplette Schuljahr für dich? War es ganz einfach oder hast du dir schwer getan? Also in meiner Meinung nach war es einfach, weil ich ziemlich fleißig war. Die Sommerferien stehen jetzt wohl an? Was wirst du in den Sommerferien jetzt machen nach dieser, sagen wir mal, schwierigen Corona-Zeit? In dieser Sommerferien bleibe ich in Österreich. Also ich werde noch mein Deutsch verbessern, weil ich in den Haag wechsle. Und wir einfach rausgehen und chillen.